Hi und herzlich willkommen zum neuen Webinar bei Wir bilden Zukunft. Wir sind ja gerade in unserer Special-Woche zum Thema Science and Solidarity und haben heute wieder einen coolen Gast da. Ich bin Annika und ich werde das Webinar heute moderieren. Und zu Gast haben wir den deutschen Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum in Kiel und Vorsitzenden von Club of Rome Deutschland, der uns was darüber erzählt, wie wir aus Corona für die Klimakrise lernen können und was diese Pandemie generell bedeutet. Vielleicht kennt ihr ihn auch. Er war in der letzten Zeit ein bisschen viel in den Medien und wurde genau zu dem Thema auch viel zitiert. Und er hat auch gesagt, unter anderem der Corona-Lockdown zeigt uns, wie groß die Aufgabe eigentlich ist, vor der wir stehen. Genau, ich würde ihm jetzt einfach gleich das Wort geben und dann würde er uns sicherlich einen coolen Vortrag halten. Ja, vielen Dank, Annika. Hallo allerseits. Ich bin Mojib und ich hoffe, ihr könnt jetzt alle auch meine Eingangsfolie sehen. Was können wir aus der Corona-Krise für die Bewältigung der Klimakrise lernen? Und in der Tat können wir einiges lernen, nicht nur übrigens für die Klimakrise, sondern für alle Krisen, denen sich die Menschheit gegenüber sieht. Und ich möchte im Laufe des Vortrags, der so 20, 25 Minuten vielleicht lang sein wird, ein paar dieser Aspekte aufgreifen. In der kurzen Zeit kann man natürlich nicht alle Aspekte ansprechen, die da eine Rolle spielen. Ich möchte mal ganz weit zurückgehen zunächst, und zwar ins Jahr 1896. 1896 hat dieser Mann hier, Zvander Renius, ein Wissenschaftler, ein Physiker, schon eine Arbeit verfasst mit dem Mittel über den Einfluss von Kohlensäure in der Luft auf die Bodentemperatur. Und mit Kohlensäure meinte er CO2, Kohlendioxid. Ja, aber damals hat man halt in der Wissenschaftssprache von Kohlensäure gesprochen. Wenn man es also übersetzt in die heutige Wissenschaftssprache, dann lautet der Titel der damaligen wissenschaftlichen Arbeit über den Einfluss von Kohlensäure in der Luft auf die Bodentemperatur. Das ist genau das Problem der Erderwärmung, der globalen Erwärmung. Und noch einmal, das war 1896. Zvander Renius war auch nicht irgendwer. Zvander Renius war einer der großen Physiker seiner Zeit, späterer Nobelpreisträger. Und der hat eigentlich schon alles durchgerechnet. Und was ich eigentlich die ganze Zeit sagen will, ist, dass wir eins mit Sicherheit nicht haben und schon lange nicht haben, nämlich ein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem und dieses Umsetzungsproblem haben wir schon seit über 100 Jahren. Zvander Renius hat schon damals anhand der physikalischen Grundgleichung ausgerechnet, wie CO2 das Klima beeinflusst. Nun konnte er natürlich nicht wissen, wie sich das CO2 in der Luft entwickeln würde. Und deswegen hat er einfach verschiedene Fälle durchgerechnet. Und ganz links sehen wir beispielsweise, und ihr müsst jetzt nicht die Zahlen lesen, vielleicht sind sie auch gar nicht lesbar. Ganz links hat er mal gerechnet, was passiert, wenn der CO2-Gehalt der Atmosphäre sinkt, ungefähr um ein Drittel. Und da sieht man da viele Minuszeichen. Das heißt also, er hat ausgerechnet, dass die Temperatur der Erde sinken muss, wenn der Gehalt an CO2 sinkt. Aber damals wusste man ja schon, dass CO2 auch ein sogenanntes Treibhausgas ist, das die Erde erwärmt. Und deswegen hat er eben auch ausgerechnet, was passiert, wenn der Gehalt an CO2 in der Luft immer weiter ansteigt. Und dann sehen wir da verschiedene Szenarien. In dem roten Kasten, den ich da reingemalt habe, da hat er ausgerechnet, was passiert, wenn der CO2-Gehalt der Luft sich verdoppeln würde. Also gegenüber seinem vorindustriellen Wert. Und da sind viele Zahlen, das hat er gemacht für die verschiedenen Jahreszeiten, für die verschiedenen Breitenzonen. Das ist sensationell. Und er ist dann gekommen auf 5 Grad. Um 5 Grad wird sich die Erde erwärmt. Und das stimmt im Rahmen der Unsicherheiten heute immer noch. Das heißt also, so schwierig ist das alles gar nicht auszurechnen, um wie viel sich die Erde zumindest im globalen Mittel erwärmt. Und um 5 Grad kann sich vielleicht keiner was darunter vorstellen. Was heißt 5 Grad? 5 Grad ist der Temperaturunterschied global von einer Eiszeit bis zu einer Warmenzeit. Und das zeigt einfach, was für eine dramatische Klimaänderung das eigentlich wäre. Wir leben ja schon in einer Warmenzeit. Und wenn jetzt nochmal 5 Grad da oben drauf kommen, dann hätten wir nicht mehr eine Warmenzeit, sondern eine Superwarmenzeit. Oder man könnte auch sagen, eine Heißzeit. Ja, und das Ganze ist dann irgendwie in der Versenkung verschwunden. Dann kam es aber wieder so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre hoch. Das IPCC wurde Ende der 80er Jahre gegründet. Und dann hier 2007 hat dann der ehemalige amerikanische Vizepräsident Al Gore einen Film gemacht. Einen Film mit dem Titel Eine unbequeme Wahrheit. Den haben Millionen von Menschen gesehen. Das gibt auch ein gleichnamiges Buch. Und damals, viele von euch haben ja gar nicht gelebt. Ja, deswegen habt ihr das gar nicht miterlebt. Aber ich bin ja sozusagen irgendwie die lebende Geschichte zum Klimawandel. Damals war tatsächlich die öffentliche Aufmerksamkeit nicht mehr zu überbieten. Es gab nur noch ein Thema und das war das Thema Klima. Und das war 2007. Darf man nicht vergessen. Und das Ganze mündete dann darin, dass Al Gore, den sehen wir hier links, zusammen mit dem IPCC, also dem Weltklimarat, rechts sehen wir Fatschauri, der damals der Vorsitzende gewesen ist, den Friedensnobelpreis bekommen haben. Ja. Aber dann passierte etwas, und deswegen habe ich jetzt so ein kleines Déjà-vu, passierte etwas, was das Thema dann ziemlich schnell hat in der Versenkung verschwinden lassen. Und das war eben die Finanzkrise. Hier, Lehman Brothers, haben vielleicht einige von euch mal gehört, also der Zusammenbruch einer amerikanischen Bank. Das Ganze hat eine Finanzkrise ausgelöst. Und diese Finanzkrise wurde dann zu einer Wirtschaftskrise. Und wir sehen hier den Aktienindex, den Dow Jones für 2008. Ja, und wir sehen wieder darunter Kraft. Und aus der Finanzkrise wurde eine Wirtschaftskrise, eine Weltwirtschaftskrise. Und danach hat kein Mensch mehr über das Thema Klima nachgedacht oder über irgendwelche anderen Krisen, denen sich die Menschheit gegenübersteht. Und ja, irgendwie befinden wir uns, glaube ich, im Moment vielleicht in einer ähnlichen Situation. Und jetzt geht es darum, das darf nicht wieder passieren, dass das Thema in der Versenkung verschwindet. Hier, Fridays for Future hat 2019 wirklich Berge versetzt, kann man wirklich sagen. Ja, also ich weiß noch, im Bundestagswahlkampf, vor der letzten Bundestagswahl hat das Thema Klima überhaupt keine Rolle gespielt. Und irgendwie war in der Politik das Thema Klima auch nicht so richtig angekommen. Aber dann kam Fridays for Future und auf einmal war selbst in der Politik das auf einmal ein Thema. Und es gibt ein Klimaschutzgesetz inzwischen. Man hat den Kohleausstieg beschlossen, auch wenn das alles zu spät ist. Aber immerhin gibt es auch einen CO2-Preis ab nächstes Jahr. Und insofern hat das schon was gebracht. Ja, ja. Und jetzt haben wir Corona. Ja, jetzt war das Thema, zumindest kurzfristig, wieder komplett von der Bildfläche verschwunden. Und jetzt müssen wir halt zusehen, dass das Thema irgendwie oben bleibt, weil wir können uns nicht nochmal erlauben, dass das Thema nicht aufgegriffen wird. Auf jeden Fall darf es nicht passieren, dass die Bundesregierung jetzt die beschlossenen Maßnahmen, die bereits beschlossenen Maßnahmen vielleicht wieder zurücknimmt, sondern ganz im Gegenteil. Klimaschutz, sag ich immer, ist der Innovationsmotor schlechthin. Und das kann man ja beispielsweise an der Automobilindustrie sehr gut sehen. Ja, wenn man zu lange an einem Geschäftsmodell festhält, ja, dann verschwindet man irgendwann ganz vom Markt. Ja, zwar heute wird immer gesagt, ja, aber da hängen so viele Arbeitsplätze dran und so weiter. Das stimmt schon. Ja, aber wir müssen zukunftsfähig werden. Und wir müssen zusehen, dass wir nicht den Anschluss verlieren. Und der Verbrennungsmotor ist einfach ein Auslaufmodell. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und deswegen müssen wir wirklich in die neuen Technologien einsteigen, erneuerbare Energien, Elektromobilität und so weiter. Denn wer da nicht vorne auf der Lokomotive sitzt, der wird irgendwann wirklich den Anschluss verlieren. Und dann stehen noch viel, viel mehr Arbeitsplätze auf dem Spiel als die, die vielleicht im Moment gefährdet sind. Ja, zu Corona. Man hat jetzt immer wieder gehört, in den Medien wunderbar, die CO2-Emissionen sinken. Wir sehen das links für Deutschland, wie sie runtergegangen sind. Ungefähr um 30 Prozent während des Lockdowns. Auch in China rechts sind die CO2-Emissionen gesunken. Und China ist ja der größte Verursacher von CO2 mit einem Anteil von fast 30 Prozent. Das heißt, was China macht, das zeigt sich auch immer im weltweiten CO2-Ausstoß. Und wenn in China der CO2-Ausstoß runtergeht, dann macht sich das dann auch weltweit bemerkbar. Wir gehen davon aus, dass vielleicht jetzt 2020 der weltweite Ausstoß von CO2 um vielleicht 10 Prozent sinken wird. Aber das, was im Moment an CO2-Verringerung da ist, kann man gar nicht messen im Gehalt des CO2s. Ja, wir sehen hier zwei Abbildungen links, wie der CO2-Gehalt der Atmosphäre sich entwickelt hat seit 1958, seit es diese Messung gibt auf Hawaii. Und wir sehen, der CO2-Gehalt, der steigt immer weiter an. Da gibt es so einen kleinen jahreszeitlichen Zyklus, aber der ist klein im Vergleich zum langfristigen Anstieg. Und rechts sehen wir das letzte Jahr. Und wir sehen, trotz Corona-Lockdown war im Mai wieder ein historischer Höchststand, ein historischer Höchststand beim Gehalt von CO2 in der Luft gemessen worden. Im Mai übrigens deswegen, weil im Mai immer der höchste Wert gemessen wird. Das hat einfach mit der Vegetation zu tun, mit den Pflanzen, die eben lange Zeit CO2 abgegeben haben und dann zu Beginn des Sommers, dann fangen sie an aufzunehmen, CO2 aufzunehmen über die Photosynthese. Und deswegen haben wir im Mai zumindest global immer die höchsten Werte. Und der Mai 2020 ist deutlich über den Mai 2019 trotz Lockdowns. Und was wir tatsächlich jetzt in den nächsten Jahren haben müssten, wäre eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes, des weltweiten CO2-Ausstoßes in der gleichen Größenordnung, wie es durch den Lockdown geschehen ist. Wenn also jetzt durch den Lockdown, sagen wir mal, der CO2-Ausstoß weltweit um 5% sinkt, dann muss er im nächsten Jahr, also 2021, auch um 5% sinken, mindestens um 5% und dann 2022 nochmal um 5% und so weiter. Nur dann werden wir die Pariser Klimaziele wirklich erreichen können oder nicht reißen. Das heißt also, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen und wenn es geht sogar auf 1,5 Grad. Im Moment haben wir schon eine Erderwärmung von 1,1 Grad. Das heißt, wir haben überhaupt keine Zeit mehr zu verlieren und wir müssen jetzt in Anführungsstrichen mal richtig Gas geben in Sachen Klimaschutz. Ja, der Erde, der ist es eigentlich ziemlich egal, was wir tun, die macht das, was sie machen muss. Denn mit Physik kann man nicht verhandeln und mit Physik kann man auch keine Kompromisse schließen. Und die Physik diktiert, und deswegen hatte ich am Anfang Svante Arrhenius gezeigt, der das Ganze ja schon vor 100 Jahren ausgerechnet hatte, die Physik diktiert, dass, wenn der Gehalt an CO2 und der anderer sogenannter Treibhausgase, wie Methan beispielsweise, in der Luft steigt, dann muss es wärmer werden. Ja, das ist einfach so. Und genau das passiert. Und wir sehen hier die Werte für Mai, für den Monat Mai. Warum den Monat Mai? Weil das ist der letzte Monat, der ausgewertet ist. Und ich dachte, schön, wenn man den Mai 2020 noch mit hat. Ja, und wir sehen einfach, der langfristige Erwärmungstrend, der ist offensichtlich. Und das Klima reagiert auch nur auf die langfristige Strategie. Das heißt also, wenn jetzt mal ein Jahr der CO2-Ausstoß ein bisschen sinkt, dann reagiert das Klima darauf nicht, sondern er muss wirklich nachhaltig sinken. Und wir müssen dann spätestens Mitte des Jahrhunderts irgendwie klimaneutral werden. Das heißt also, praktisch keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Aber es gibt natürlich Probleme dabei. Und das betrifft alle Krisen. Das haben wir jetzt auch bei der Corona-Krise gesehen. Und das sind die Populisten oder ich nenne das die postfaktischen Zeiten. Es gibt immer wieder Leute, die wirklich wissenschaftliche Fakten leugnen. Wir haben es bei Corona gesehen. Auf einmal waren sie da, die Verschwörungstheoretiker oder auch die Populisten, wie hier der amerikanische Präsident gesagt hat, ist doch überhaupt nichts. Ja, was regt ihr euch auf? Das ist doch nur so was wie eine kleine Grippe. Ja, da müssen wir jetzt nicht groß was machen. Wir haben gesehen, was die Folge war. Die USA sind das Land mit inzwischen den meisten Infizierten und auch den meisten Corona-Toten. Das heißt, und das Gleiche ist in Brasilien beispielsweise passiert, wo Jair Bolsonaro Präsident ist, auch einer von diesem Kaliber. Und das zeigt einfach, dass diese Populisten überhaupt keinen Plan haben. Das sind Dampfplauderer und die können nur dumme Sprüche machen. Aber sobald es mal schwierig wird, dann versagen sie. Übrigens auch in England, wo Boris Johnson eben auch zuerst gesagt hat, ach, das ist doch gar nichts und wir machen jetzt nichts gegen Corona. Ja, und auch da sind die Toten, die Zahl der Toten enorm nach oben gegangen. Und vermutlich ist Großbritannien schon längst das Land mit den meisten Toten in Europa. Ja, und genau das Problem haben wir auch bei der Klimakrise. Wir sehen rechts die Entwicklung der Globaltemperatur, so eine Klima-Uhr. Ja, und lange Zeit war es tatsächlich so, dass wir kämpfen mussten, immer gegen diese Leugner, gegen diese Skeptiker und so weiter. Und die Medien haben das aufgegriffen. Ja, und es hieß immer, es gibt diesen großen Expertenstreit. Den hat es eigentlich nie gegeben. Ja, den hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben, diesen Expertenstreit. Aber trotzdem glauben immer noch sehr, sehr viele Menschen in der Öffentlichkeit, dass es diesen Expertenstreit tatsächlich immer noch gibt. Ja, obwohl es ihn nie gegeben hat. Und deswegen müssen wir uns überlegen, glaube ich, wie wir uns in der Zukunft aufstellen und wie wir tatsächlich mit diesen Skeptikern, mit den Fake News, mit diesen Populisten umgehen wollen. Weil das betrifft jetzt nicht nur Corona oder das Klima, sondern das betrifft alles. Und wenn wir nicht aufpassen, dann verlieren wir alles. Dann verlieren wir unsere Freiheit. Dann verlieren wir die Menschenrechte, verlieren Demokratie und so weiter. Das heißt also, wir dürfen die Welt nicht an die Rücksichtslosesten herschenken. Und deswegen ist auch jeder irgendwo gefragt, sich energisch gegen diese Tendenzen zu stellen. Ja, nichts ist zu spät bei der Klimakrise. Also im Prinzip kann man auch alles schaffen. Ja, hier sind verschiedene Szenarien. Wenn wir diesen blauen Weg oder diese blauen Wege gehen würden, das heißt also, wenn wir jetzt so langsam den Höhepunkt der CO2-Emissionen erreichen und dann schnell runtergehen mit den CO2-Emissionen, dann können wir also noch die Pariser Klimaziele erreichen. Also nichts ist zu spät, aber mit jedem Jahr, das wir nicht handeln, wird es immer schwieriger werden, diese Ziele zu erreichen. Und deswegen bin ich eigentlich immer noch optimistisch und hoffe mit eurer Hilfe, dass wir es hinkriegen können. Und ich möchte schließen mit einem, ja, mit einer Zusammenfassung, was wir eigentlich aus der Corona-Krise lernen können. Ja, also zunächst einmal internationale Kooperation. Hätte es, also bei der Corona-Krise war es offensichtlich, es gab keine internationale Kooperation. China hat das Problem erstmal unter der Decke gehalten, wie es im diktatorischen Regime eben so üblich ist. Und es hätte niemals zu dieser weltweiten Pandemie kommen müssen, hätte es internationale Kooperation gegeben. Das Gleiche gilt natürlich für die Klimakrise. Diese Krise ist nur durch internationale Kooperationen zu lösen. Wir sitzen buchstäblich alle im gleichen Boot. Und deswegen müssen wir auch die internationalen Institutionen stärken. Also bei Corona, die Weltgesundheitsorganisation oder bei der Klimakrise insbesondere auch die Vereinten Nationen. Dann Verantwortung auf allen Ebenen. Wir dürfen, das sagte ich ja schon, die Welt nicht an die rücksichtslosesten herschenken. Und wir müssen aufpassen, dass die Populisten hier nicht überall die Macht ergreifen, weil die haben tatsächlich überhaupt keinen Plan und sind völlig unfähig zur Problemlösung und wollen letzten Endes nur die Freiheit abschaffen. Dann starker Staat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Markt regelt nämlich gar nichts. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Nur der Staat ist letzten Endes für die Daseinsvorsorge relevant. Und alles, was für die Daseinsvorsorge wichtig ist, muss auch in Händen der Staates bleiben. Und schließlich Wissenschaft zuhören. Klar, auf wen wollen wir uns dann verlassen, wenn nicht auf die Wissenschaft. Und in diesem Zusammenhang müssen wir natürlich auch Fake News bekämpfen und Mittel und Wege finden, dass Leute nicht so einfach auf diese Fake News hereinfallen. Ja, wenn wir das alles beherzigen, dann denke ich, können wir noch positiv in die Zukunft blicken. Ich möchte schließen mit einem Zitat, mit dem Barack Obama seinen Wahlkampf damals gewonnen hat. Yes, we can. Ja, und ich hoffe, dass wir es dann auch gemeinsam schaffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank dir für diesen super spannenden Vortrag. Genau, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht und habe ein paar Fragen. Wenn ihr Fragen stellen wollt, könnt ihr das natürlich einfach wieder gerne im YouTube-Chat machen. Und ich würde die einfach aufgreifen. Mein erster Punkt, den ich super spannend finde, ist, genau, du hast gesagt, es hat diesen Expertenstreiten gegeben. Und dass es natürlich die WissenschaftlerInnen braucht, aber auch jeden Einzelnen von uns. Was wünschst du dir denn zum Beispiel als Wissenschaftler von uns? Also was kann ich tun, um euch zu stärken, um eben zu zeigen, es gibt diesen Expertenstreiten nicht, um eben gegen Fake News vorzugehen? Ja, also Wissenschaft lebt natürlich von Glaubwürdigkeit und von Vertrauen. Und ihr müsst uns einfach das Vertrauen schenken. Ich meine, das tut ihr ja auch. Ihr beruft euch ja auf die Wissenschaft. Aber ich denke, in Diskussionen muss man immer wieder darauf aufmerksam machen, dass Wissenschaft praktisch keine Eigeninteressen hat. Und man muss aufpassen, wenn es dann irgendwelche anderen Studien gibt, dann muss man mal fragen, wer schreibt hier eigentlich etwas? Ist es tatsächlich jemand, der aus dem Bereich kommt? Hat der irgendetwas mal in diesem Bereich jetzt wissenschaftlich veröffentlicht? Wo kriegt der eigentlich sein Geld her? Ja, ich bin Beamter, das heißt also, ich bekomme mein Geld vom Staat. Ist da vielleicht jemand, der jetzt sagt, wir müssen unbedingt in der Kohlebranche bleiben und Kohle ist nicht gefährlich fürs Klima, wird der vielleicht von der Kohleindustrie bezahlt? Also da muss man mal genau hingucken, wer da eigentlich was sagt. Und meistens wird man dann ziemlich schnell fündig, wenn man einfach mal ein bisschen hinter der Oberfläche kratzt. Und hast du das Gefühl, also oder was würdest du dir wünschen, gerade auch in dem Bereich, was könnten zum Beispiel Politiker denn besser machen, die jetzt vielleicht keine Populisten sind? Und auf der anderen Seite ist vielleicht bei der Wissenschaft so die letzten Jahrzehnte, da ist ja auch im Prinzip ständig über das Thema geredet worden, aber hast du auch das Gefühl, dass da irgendwie manchmal Fehler gemacht wurden oder nicht genügend darauf gedrängt wurde, dass irgendwie darauf gehört wurde? Weil viele sagen ja immer, Wissenschaft ist es immer so zurückhaltend und dann sagt man immer so, ja, wir können nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen und dann genau dieses Glaubwürdigkeitsding. Ja, das ist natürlich so. Wissenschaft ist inhärent unsicher. Und deswegen können wir natürlich auch nie genau sagen, wie sich bestimmte Dinge entwickeln. Ich meine, dass es wärmer wird, wenn mehr CO2 in der Luft ist, das ist klar. Habe ich auch gezeigt, das hat der Svante Renio schon 1896 ausgerechnet. Aber um wie viel wärmer und wo es um wie viel wärmer wird, das ist dann schon unsicherer. Also regional unterschiedlich. Und ich finde, ich muss es aber auch gar nicht wissen, denn wenn man sich alleine anguckt, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, das reicht eigentlich. Ich habe jetzt heute nur die globale Temperatur gezeigt. Wir können uns auch das Eis der Erde angucken. Wir können uns die Meeresspiegel angucken, die natürlich auch in den deutschen Küsten steigen. Die Deiche werden heute schon hochgebaut an Nord- und Ostsee. Das kostet übrigens auch schon jede Menge Steuergeld. Das heißt, jeder von uns ist schon längst betroffen. Weil dieses Geld, was jetzt zum Beispiel für die Anpassungsmaßnahmen ausgegeben wird, das ist ja nicht mehr vorhanden, um beispielsweise eine Schule zu sanieren. Oder um Digitalisierung in Schulen voranzubringen. Aber ich glaube, das vergessen die Leute immer schon, dass sie schon längst davon betroffen sind. Meistens denken wir nur an Landwirtschaft, wenn es mal trocken ist oder Starkregen gibt oder vielleicht auch an die Wälder, die natürlich auch extrem betroffen sind. Und deswegen glaube ich, müssen wir weg von dieser Forderung, dass man absolute Sicherheit braucht. Weil wir gehen in unserem persönlichen Leben immer mit Unsicherheiten um. Also ich gebe mal zwei Beispiele. Erstes Beispiel, wenn wir über die Straße gehen, gucken wir nach links und nach rechts. Und wenn die Chance 50-50 ist, dass wir von einem Auto erfasst werden, gehen wir nicht über die Straße. Wenn es jetzt bei der Klimakrise 50-50 wäre, was aber nicht der Fall ist, würden wahrscheinlich viele Leute sagen, ja, da müssen wir nichts tun. Völlig schwachsinnig. 50 Prozent ist ja auch nicht wenig. Oder angenommen, jemand möchte ja in den Urlaub fliegen. Und bevor man ins Flugzeug geht, steht ein Schild, Achtung, dieses Flugzeug stürzt man an der Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent ab. Kein Mensch würde da reingehen. Nur bei der Klimakrise wollen wir immer 100 Prozent. Das ist völlig schwachsinnig. Es widerspricht unserer persönlichen Lebensführung. Und deswegen brauchen wir gar nicht diese 100 Prozent. Aber das müssen wir, glaube ich, immer wieder kommunizieren, dass schon geringe Wahrscheinlichkeiten von um die 50 Prozent unbedingt Handlungen erfordern, weil einfach die Risiken so extrem groß sind. Aber noch einmal, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir uns auf einem schlechten Weg befinden, die ist deutlich größer als 50 Prozent. Und das darf man in diesem Sagen eben auch nicht vergessen. Und hast du das Gefühl, dass die Politik jetzt gerade während Corona, wo das ja auch ganz viel diese Wahrscheinlichkeiten sind, das gerade besser macht, auch an der Kommunikation? Und ist das etwas, was die Politik in der Klimakrise genauso machen muss? Oder sind da immer noch Fehler oder Dinge, die nicht ganz stimmen? Ja, also ich bin jetzt etwas positiv überrascht, dass es zum Beispiel keine Autoprämie gegeben hat. Da fand ich schon mal ganz gut, dass die Politik da ein bisschen Rückgang gezeigt hat und vor allen Dingen auch mal ein bisschen langfristiger gedacht hat. Weil ich glaube, inzwischen merken immer mehr, auch in der Politik, dass dieses alte Geschäftsmodell mit dem Verbrennungsmotor nichts mehr taucht. Und Politik muss ja letzten Endes die Interessen des Landes im Auge behalten und nicht Partikularinteressen einer bestimmten Branche. Dafür ist Politik nicht da. Und ich glaube auch, dass tatsächlich die Klimaschutzmaßnahmen, die jetzt letztes Jahr beschlossen worden sind, auch nicht zurückgenommen werden. Ja, obwohl der Druck aus der Wirtschaft ja kam. Ja, jetzt müssen wir wieder neu darüber reden und so weiter. Und ja, deswegen bin ich eigentlich immer noch optimistisch, dass wir unsere Ziele zumindest in Deutschland erreichen. Und das ist eben so wichtig, dass wir unsere eigenen Ziele erreichen, weil die Welt, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber die Welt guckt wirklich auf Deutschland, was Deutschland macht. Und wenn Deutschland das schafft, und wir werden mit Sicherheit jetzt mit Corona die 40% gegenüber 1990 schaffen, ja, das war ja unser selbstgestecktes Ziel. Wahrscheinlich hätten wir es sogar ohne Corona geschafft, weil 2019, also letztes Jahr vor Corona, der Ausstoß von CO2 in Deutschland schon so stark gesunken ist, weil einfach der Preis für CO2 im Rahmen des europäischen Emissionshandels, weil da gab es schon einen Emissionshandel, deutlich nach oben gegangen ist. Und das hat schon Kohle-Unrentabler gemacht und Gas-Rentabler. Und deswegen sind bei uns die CO2-Emissionen schon deutlich gesunken. Deswegen glaube ich, sind wir immer noch auf einem relativ guten Weg. Aber das Ganze müssen wir jetzt nachhaltig gestalten und vor allen Dingen auch beschleunigen. Und wir sehen halt jetzt so ein paar Dinge, also wie das der Ausbau der Windkraft auf Land stockt, dass überhaupt der Ausbau der erneuerbaren Energien stockt. Und da müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen, damit wir langfristig auch unsere Ziele erreichen und dann spätestens 2050 auch wirklich klimaneutral sind. Ja, es kam auf YouTube gerade eine ganz spannende Frage, auch zum Thema, was vielleicht jeder Einzelne tun kann. Und zwar, du findest, dass es ein Fach Klimawandel in der Schule geben sollte. Ich würde das Ganze vielleicht ausweiten, vielleicht gar nicht nur Klimawandel, sondern irgendwas in Richtung generell, wie geht man mit Wissenschaft um? Meinst du, dass man da vielleicht Kindern noch besser, schneller was mitgeben könnte? Ja, ich glaube, zwei Dinge sollten Kinder in der Schule vermittelt bekommen. Das eine ist tatsächlich, ja, wie gehe ich mit Medien um? Ich glaube, also ich höre es ja fast jeden Tag, dass mich jemand anspricht und sagt, ich habe im Internet gelesen, das. Und das stimmt ja gar nicht, was du da erzählst. Und also ich glaube, dieses unkritische Konsumieren von Information, und wir werden ja überhäuft mit Information, ja, aber können doch eigentlich gar nicht bewerten, welche Information ist jetzt eigentlich belastbar und welche ist es nicht. Das heißt also, wir müssen in der Schule lernen, wie wir Information bewerten, beurteilen im Hinblick auf ihre Glaubwürdigkeit. Das ist das eine, was wir lernen müssen. Und das Zweite, was wir lernen müssen, ist im weitesten Sinne Nachhaltigkeit, ja. Wie können wir auf diesem Planeten Erde leben, ohne dass wir ihn letzten Endes kaputt machen, ne. Und da gibt es viele Aspekte, Klima ist ein Aspekt, Verlust an Artenvielfalt, Bienensterben. Es gibt unendlich viele Aspekte, Plastik, Müll, Waldsterben, Regenwälder und, und, und. Ja, das heißt also, diese beiden Dinge, glaube ich, die müssen irgendwie im Unterricht vorkommen, weil gerade was Nachhaltigkeit angeht, wir müssen auch ein Gefühl entwickeln für die Natur. Wir müssen irgendwie wieder die Schönheit der Natur begreifen, weil nur was man liebt, das schützt man, ne. Und das fehlt irgendwie so ein bisschen. Nochmal zu einer Grafik, die du eben gezeigt hast. Du hast eine Grafik gezeigt zum CO2-Gehalt in der Luft. Und du hast eben gesagt, dass man dieses Jahr Corona und den Lockdown und diese im Prinzip 8-10%-Reduktion gar nicht so richtig sieht. Kann man ungefähr abschätzen, ab wann man eine Veränderung im Gehalt sehen würde und ab wann wir eben so auf so einem gewissen richtigen Weg sind, wenn wir irgendwie jährlich so viel reduzieren? Ja. Also man müsste wahrscheinlich schon um, ja, so 30% reduzieren. Ja, also den weltweiten auch schon um 30%, damit sich das gegenüber diesen natürlichen Schwankungen, da waren ja diese jahresreichlichen Schwankungen auch, damit sich das gegenüber diesen natürlichen Schwankungen auch abhebt. Und da sind wir halt weit von entfernt in diesem Jahr. Und ja, vielleicht darf ich noch mal erklären, warum trotzdem jetzt der CO2-Gehalt der Luft gestiegen ist. Ich vergleiche das immer mit den Staatsschulden, mit der Staatsverschuldung. Also wenn wir jetzt im nächsten Jahr, also in diesem Jahr nehmen wir unheimlich viele Schulden auf, ja, um die Auswirkungen der Corona-Krise irgendwie abzumildern. Wenn ich jetzt im nächsten Jahr weniger Schulden aufnehme, heißt das doch nicht, dass der Schuldenberg zurückgeht, sondern der Schuldenberg, der wächst doch weiter. Und so ist das mit dem CO2. Das CO2, das ist so langlebig, das verweilt eine Ewigkeit in der Luft. Und wenn wir jetzt was reintun, dann kommt das oben drauf. Das heißt, auch der CO2-Berg, der wächst. Und deswegen ist es für uns Naturwissenschaftler ja völlig einleuchtend, dass trotz Reduzierung des CO2-Ausstoßes der CO2-Gehalt, und auf den kommt es ja letzten Endes an, weiter steigt. Ja, ich weiß nicht, da wurdest du bestimmt auch schon nachgebracht. Es gibt ja auch diese Technologiegläubigkeit. Und es wird auch immer wieder darüber geredet, dass wir bestimmt irgendwann Technologien hätten, um den CO2-Gehalt wieder zu senken in der Atmosphäre. Technologiegläubigkeit klingt jetzt schon so negativ, aber es kam auch auf YouTube als Frage, hast du das Gefühl, Technologien könnten einen Beitrag zur Bekämpfung leisten, und zu irgendwann dafür sorgen, dass wir den CO2-Gehalt wieder senken können, also proaktiv? Also ich bin eigentlich ein ziemlich einfach gestrickter Mensch. Und ich finde, wenn wir Probleme haben, dann sollte man immer das Problem an der Wurzel packen. Wenn wir also ein Problem mit CO2 haben, sollte man kein CO2 ausstoßen. Weil alle anderen Maßnahmen könnten negative Auswirkungen haben, könnten letzten Endes noch weitere Probleme verursachen. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass man das CO2 vielleicht aus Kohlekraftwerken abscheidet, dann irgendwo deponieren, dann haben wir schon wieder ein Entsorgungsproblem. Ich meine, wir haben jetzt das mit dem Atommüll, das haben wir nicht gelöst, und warum sollten wir dieses Problem lösen? Außerdem müsste man eine komplett neue Infrastruktur schaffen. Ja, also man müsste unglaubliche Geldsummen ausgeben, um jetzt dieses Abscheiden und das Deponieren und so weiter zu realisieren, unabhängig davon, dass es da ja auch Risiken gibt. Und im Vergleich dazu ist sozusagen der Weg über die erneuerbaren Energien, also jetzt nicht Kohle zu verbrennen oder Öl zu verbrennen oder Gas zu verbrennen, sondern Sonne, Wind, Erdwärme und so weiter zu nutzen, der absolut überlegene Weg. Gleichwohl muss man natürlich auch ein bisschen realistisch bleiben. Und es kann natürlich gut angehen, dass wir bis 2050 nicht klimaneutral sind, dass wir immer noch CO2 ausstoßen. Und dann müssen wir das irgendwie rausholen, damit wir klimaneutral werden. Aber da gibt es eben auch Möglichkeiten, das CO2 dann nicht zu verbuddeln oder irgendwie im Meer zu deponieren, sondern das CO2 als Rohstoff zu begreifen und dann damit was Sinnvolles zu machen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man synthetische Kraftstoffe damit entwickelt, mit denen dann vielleicht auch Flugzeuge irgendwann mal klimaneutral werden können. Das ist jetzt keine Utopie. Das hat selbst die Lufthansa, glaube ich, vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr ungefähr als Langzeitziel herausgegeben. Das heißt, technisch ist das machbar. Wir müssen aber jetzt versuchen, von kleinen Pilotanlagen zu größeren Mengen zu kommen, damit das dann irgendwann auch im großen Maßstab Anwendung finden kann. Aber wie gesagt, das Rausholen, also was man als CCS bezeichnet, Carbon Capture and Storage, das heißt also CO2 einfangen und dann irgendwo lagern, das halte ich für keine gute Idee. Würde übrigens auch den nachfolgenden Generationen wieder enorme Kosten aufbürden und ich glaube, das dürfen wir nicht tun. Du hast gerade schon was zu dir gesagt. Es kam noch eine ganz spannende Frage, wie man Klima erforscht, beziehungsweise wie du Klima erforscht geworden bist. Und ich glaube, viele können sich auch gar nicht vorstellen, was studiert man denn da? Ja, man kann also ganz verschiedene Dinge studieren. Also ich habe Meteorologie studiert und dann auch Ozeanografie, aber das Ganze hat halt viel mit Mathe und Physik zu tun. Das darf man nicht vergessen. Also früher, als ich studiert habe, gab es dann auch kein Bachelor, Master, sondern gab es Vordiplom und Diplom, was so ein bisschen vergleichbar ist. Und bis zum Hauptstudium, also in den ersten Semestern, war das wie ein Physikstudium. Das muss man aber jetzt, man muss jetzt nicht unbedingt das machen, man kann ja auch Biologie studieren. Also es gibt ja auch interessante Prozesse im Ozean, beispielsweise CO2-Aufnahme im Ozean, was ja nicht nur chemisch funktioniert, sondern auch biologisch. Oder was bedeutet die Erwärmung der Meere für das Leben im Meer? Man könnte auch Chemie studieren. Also alles, was irgendwie mit Naturwissenschaften zu tun hat, wäre geeignet, um in die Klimaforschung zu gehen. Aber nicht nur, auch die Geisteswissenschaften. Also ich meine, das ist ja ein Problem, das die Gesellschaft insgesamt angeht. Und das geht ja von der Theologie, ich meine, das ist auch eine Frage der Werte, das geht also von der Theologie über die Philosophie, über die Soziologie, auch zu den Wirtschaftswissenschaften letzten Endes. Also wichtig ist aber eine gute Ausbildung. Also nicht abbrechen, sondern Studium durchziehen. Und wenn man dann gerne in die Klimaforschung oder in den Klimabereich gehen will, irgendwas Spannendes findet sich da einfach. Das klingt super spannend. Du hast es gerade erwähnt, du hast auch Ozeanografie und Meteorologie studiert. Du kannst, oder vielleicht kannst du denn ja nochmal ein bisschen was zu den Klimakipppunkten sagen, gerade auch im Bezug auf den CO2-Gehalt. Es gab ja jetzt in den letzten Wochen auch Nachrichten, dass einige Kipppunkte eben jetzt erreicht und ausgelöst wurden. Stimmt das und wie gefährlich ist das? Welche Folgen hat das? Ja, ob die jetzt schon überschritten sind, kann man nicht so genau sagen. Das wird die Zeit zeigen, ob bestimmte Prozesse ablaufen, die man dann nicht mehr stoppen kann. Ich möchte einfach mal einen Kipppunkt ansprechen, damit das auch klassisch wird, was das eigentlich ist. Also ich hatte ja auch in meinem Vortrag kurz angesprochen, infolge der Erderwärmung steigen ja die Meeresspiegel, weil zum Beispiel Grönland inzwischen angefangen hat zu schmelzen, aber auch die Antarktis. So, nun, wenn die Erwärmung zu stark wird, dann schmilzt der Anteil Grönlands ab und wenn dann der Eispanzer in geringere Höhen kommt, wird es ja auch wärmer, weil die Temperatur nimmt ja mit der Höhe ab. Das heißt also, irgendwann ist der Punkt gekommen, wo sich das Ganze verselbstständigt. Also es schmilzt was, der Gletscher kommt in geringere Höhen, es schmilzt weiter und irgendwann kannst du es nicht mehr stoppen. Dann verselbstständigt sich das und dann verschwindet irgendwann der Eispanzer Grönlands komplett im Meer und dann würde der Meeresspiegel weltweit um sieben Meter ansteigen. Also das ist so ein Kipppunkt. Das heißt also, ab einer bestimmten Erwärmung kann man dann das unwiderrufliche Abschmelzen Grönlands nicht mehr verhindern. Das würde aber jetzt nicht in Jahrzehnten passieren, das dauert ziemlich lange, aber trotzdem, im Hinblick auf Generationengerechtigkeit, ist das ja jetzt nicht unbedingt ein Geschenk, dass wir jetzt den nachfolgenden Generationen machen wollen. Ja, jetzt haben wir ja auch in Teilen sehr negativ geredet. Vielleicht noch einen Punkt, bevor ich gerne nochmal auf deine Lösungsideen oder Vorschläge gekommen würde. Vielleicht kannst du mal ein bisschen genauer erläutern, was die Wirtschaftskrise 2008 damals für Folgen hatte. Du hast ja kurz vorher, glaube ich, auch einen Bericht rausgebracht zur Klimakrise. Ich glaube, das wäre nochmal cool, weil viele von uns sich daran vermutlich nicht mehr erinnern können. Ja, oder nicht erinnern können. Das stimmt. Also, es war ja, ich habe ja 2007 angesprochen, ja, 2007 kam ein Bericht des Weltklimarats raus, an dem ich auch beteiligt gewesen bin und gleichzeitig hatte eben der ehemalige Vizepräsident Amerikas, Al-Gordi diesen Film gemacht. Einige von euch haben den vielleicht auch gesehen. Es ist ein gut gemachter Film und der hat wirklich die Welt irgendwie wachgerüttelt. Also, ich habe Anrufe bekommen, zum Beispiel aus Griechenland, weil ich war damals natürlich auch ein bisschen skeptisch, habe gesagt, ein Film ist gut, aber wir müssen ja auch mal ins Handeln kommen. Und dann hat mich zum Beispiel jemand aus Griechenland angerufen und hat gesagt, Mensch, du glaubst gar nicht, was dieser Film hier in Griechenland ausgelöst hat. Vorher hat kein Mensch über Klima geredet und jetzt reden alle über Klima. Gut, dann, wie gesagt, kam der Nobelpreis 2007, der Friedensnobelpreis für Al-Ghor und für den Weltklimarat, für den IPCC. Ja, und dann kam diese Finanzkrise ausgelöst oder verursacht in den USA so eine Immobilienblase, die dann irgendwann geplatzt ist. Dann sind die Immobilienbanken pleite gegangen und daraus hat sich dann die Weltwirtschaftskrise entwickelt und schon damals mussten dann also die Regierung Firmen retten, unter anderem die Banken, die zum Teil mit Ursache dieser Finanzkrise gewesen ist, aber die mussten dann mit Steuergeld gerettet werden. Und dann ja, war irgendwie die Welt in Aufruhr, was man sich ja vorstellen kann, wenn es zu einer Weltwirtschaftskrise kommt und dann war irgendwie das Thema Klima wirklich völlig verschwunden und dann hat man sich jetzt langsam wieder berappelt, Deutschland schneller als andere und dann kam eben insbesondere durch Fridays for Future das Thema Klima wieder hoch. Und das zeigt mir einfach, dass Öffentlichkeit alleine nicht reicht, sondern wir müssen immer am Ball bleiben. und wir müssen es auch persönlich irgendwie umsetzen. Und ich kann immer wieder nur sagen, wenn man das Retrospektiv betrachtet, hätte sich ja niemand vorstellen können, dass wir heute in Deutschland unseren Strom, also Energie ist mehr als Strom, aber unseren Strom zu ungefähr zur Hälfte aus erneuerbaren Energien decken. Zur Hälfte hätte man das vor 30 Jahren gesagt, 1990, man wäre ausgelacht worden. Und deswegen, man kann die Dinge wirklich hinbekommen, wenn man es nur wirklich will, aber man muss diese Widerstände überwinden. Wir Menschen sind träge, die Wirtschaft ist träge und letzten Endes müssen wir sie zum Jagen tragen. Nur so wird, glaube ich, ein Schulhaus. Wir haben jetzt auch 2020 vor Corona die deutschen Klimaziele wieder verpasst, die ja im Prinzip oder eigentlich immer noch nicht ausreichend sind. Jetzt gab es aber im Vergleich zu 2008 diesmal keine Abwrackprämie. Hast du das Gefühl, dass wir diesmal besser dabei sind, also dass wir das Thema Klima diesmal beibehalten können oder hast du das Gefühl, dass nach Corona die Rettung der Wirtschaft trotzdem wieder mehr im Fokus stehen wird als eben die Klimakrise? Also ich glaube, diesmal werden wir es besser machen als nach der letzten großen Krise. Vielleicht noch eins, also wir haben nicht die Ziele verfehlt. Die Ziele sind ja für 2020 formuliert worden und das Ziel war, Deutschland verringert seinen Ausstoß gegenüber 1990 um 40%. Es sah lange Zeit so aus, dass wir es nicht schaffen und selbst die Bundesregierung hatte eigentlich schon so ein bisschen durch die Blume gesagt, wir schaffen es nicht. Aber dann kam 2019 und der Anstieg des CO2-Preises im Rahmen des europäischen Emissionshandels und die Energieunternehmen, die waren schon in diesem europäischen Emissionshandel involviert. Das heißt, die mussten schon zahlen und deswegen ist ohne, dass die deutsche Regierung jetzt was gemacht hat, die Kohle teurer geworden. Das Verbrennen von Kohle, weil wenn man Kohle verbrennt, sehr viel mehr CO2 rauskommt, als wenn man zum Beispiel Erdgas verbrennt. Und deswegen ist der Kohleverbrauch in Deutschland letztes Jahr so deutlich nach unten gegangen. Und das hat eben dazu geführt, dass auch der CO2-Ausstoß deutlich nach unten gegangen ist. Und das hat überhaupt erst ermöglicht, dass das 2020-Ziel, also die 40 Prozent, wieder in Reichweite sind. Und ich hätte mir gut vorstellen können, wir werden es jetzt nicht mehr prüfen können nach Corona, aber ich hätte mir gut vorstellen können, dass Deutschland tatsächlich dieses 40-Prozent-Ziel auch ohne Corona erreicht hätte. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass Deutschland das 40-Prozent-Ziel auf jeden Fall erreicht mit Corona. Du hast von internationaler Kooperation gesprochen. Jetzt gerade auch haben wir gemerkt, also eine Sache hattest du, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, eben wie wir wirtschaften. Jetzt kam zum einen auf, also die Frage auch bei YouTube, ob wir die Pariser Ziele überhaupt einhalten können in dem Wirtschaftssystem, in dem globalen, in dem wir gerade arbeiten. wie siehst du das? Was müssen wir da verändern? Ja, also ich glaube auch in dem System, in dem wir im Moment stecken, werden wir das nicht hinbekommen, weil es gibt einfach zu viele Anreize, die einfach Umweltzerstörung begünstigen. Aber ich denke mal, wenn es einen CO2-Preis gibt, wenn es den auch weltweit gibt, dann kann man das Problem ziemlich schnell lösen. Das zeigen eigentlich alle Studien, dass das so ist. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht nur auf die Politik verlassen. Ich möchte mal ein Beispiel bringen oder zwei Beispiele bringen, dass es noch anders geht. Das erste Beispiel ist die deutsche Wiedervereinigung. Die deutsche Wiedervereinigung ist letztendlich nicht von der Politik gemacht worden. Die deutsche Wiedervereinigung ist von den Menschen gemacht worden, weil die wollten nicht mehr eingesperrt sein und die haben es geschafft. Ich selber war Mitte der 80er Jahre in Ostberlin an der Humboldt-Union und habe da einen Vortrag gehalten. Und ich musste durch die Berliner Mauer. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ein paar Jahre später die Mauer weg ist. Niemand konnte sich das vorstellen. Und trotzdem ist es passiert. Zweites Beispiel, Atomausstieg. Hätte es nicht die Anti-Atombewegung gegeben, wäre der Atomausstieg auch nicht gekommen. Natürlich musste erst Fukushima passieren, das weiß ich. Aber trotzdem war dann die Angst vor Wahlniederlagen so groß, dass man dann doch den endgültigen Atomausstieg seitens der Politik vollzogen hat. Und ihr könnt ja auch sagen, ihr habt schon Unglaubliches geleistet. Ich rede seit 30 Jahren über dieses Thema, sogar seit über 30 Jahren über dieses Thema. Und immer ist eigentlich immer das Gegenteil von dem passiert, was eigentlich hätte passieren müssen. Aber jetzt gibt es immerhin schon mal dieses Klimaschutzgesetz und den Kohleausstieg. Und das ist schon mal gut. Und deswegen kann ich nur sagen, wir brauchen eine Bewegung. Ohne so eine Bewegung geht es nicht. Und es reicht nicht, dass wollen. Und nur so funktioniert das. Und ich glaube, wir müssen immer wieder deutlich machen, dass gerade auch ökonomisch das nur von Vorteil ist. Denn wenn man zu lange an diesen alten Zöpfen festhängt, dann wird man irgendwann auch ökonomisch das Nachsehen haben. Und dann wird man einfach seinen Wohlstand auch nicht mehr behaupten können. Ja, Stichwort Kohleausstieg und internationale Kooperation. Du hattest als einen internationalen CO2-Preis genannt. Jetzt haben wir in Deutschland gerade dieses Jahr ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen lassen. Und das ist ja, oder für mich ist das so ein Negativbeispiel internationaler Kooperation, weil Finnland hängt da indirekt mit drin. Man hat sich mit Finnland nicht richtig in Kontakt gesetzt und lässt das Kohlekraftwerk ans Netz gehen. Ist das ein Negativbeispiel für dich? Und was wären weitere Also das ist schon ein Negativbeispiel für mich. Hätte auch nicht Not getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die Hilfen für die Energiekonzerne in dieser Höhe Not getan hätten, weil ich sagte ja schon über den europäischen Emissionshandel wurde die Kohle ohnehin schon unrentabler. Das heißt, der Markt hätte das da wahrscheinlich schon selbst geregelt. Und man darf ja nicht vergessen, wir haben ja auch Nachbarn, beispielsweise Pol. Pol ist ein Kohleland. Also ich glaube ungefähr 80% des Stroms werden dadurch Kohle produziert. Bei uns sind es noch nicht mal 20%. Was ist das für ein Beispiel, wenn wir so ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen lassen? Und da können sich natürlich andere Länder wunderbar hinter verstecken und sagen, wenn Deutschland das macht, dann können wir doch auch weiterhin Kohle nutzen. Und deswegen ist es einfach ein verheerendes Signal in die Welt hinaus, dass man jetzt ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen lässt. Und ja, positive Beispiele, ich glaube, man könnte noch viel mehr machen, wenn ich alleine an öffentliche Dächer denke. Die könnte man alle mit Solar Panelen voll pflastern. Ja, das heißt, man könnte da noch mal richtig viel hinbekommen. Man könnte auch sehr viel noch im Gebäudebereich machen, weil gerade der Gebäudebereich, da hapert es noch genauso wie im Verkehrsbereich, wo wir irgendwie auch nicht vorankommen. Ich meine, ich bin jetzt gerade in Hamburg und man fällt vom Glauben ab, wenn man diese ganzen SUVs sieht und die werden immer größer, habe ich das Gefühl. Und wenn ich dann mit dem Fahrrad unterwegs bin und die sich da an einem vorbeiquetschen, weil sie eigentlich gar nicht auf die Straße passen, dann frage ich mich immer, was ist das für eine Welt? Also, was ich sagen will, ist, wir müssen auch eine Debatte, eine Wertedebatte haben. Ich finde, nicht, dass das schick ist, so ein SUV zu fahren, sondern ich finde, es ist verantwortungslos und das müssen wir einfach thematisieren und wir brauchen diese gesellschaftliche Debatte und deswegen sagte ich ja auch, als du mich gefragt hast, was soll man studieren? Man kann alles studieren, ich habe auch Theologie angesprochen, ich habe Philosophie angesprochen, ich habe Soziologie angesprochen, wir brauchen diese Wertedebatte und ich frage mich, warum die Kirchen nicht beispielsweise auch viel stärker diese Wertedebatte führen, denn die ist unbedingt notwendig, weil wir tun so viele Dinge, die völlig unnötig sind und wir haben uns von den eigentlichen Werten schon längst entfernt und geben uns diese Scheinwerten wie den SUVs hin. Super spannend, ich glaube, da müssen ja auch alle Religionen und Philosophie diese Wertedebatte für sich führen. Was ich gerade noch spannend war, weil du Hamburg angesprochen hast, ich komme ja auch aus Hamburg, die Hamburger Regierung hat jetzt einen neuen Koalitionsvertrag aufgesetzt und da reingeschrieben, dass ihnen bewusst ist, dass sie mit ihren Zielen das 1,5 Grad nicht einhalten können, aber dass sie vielleicht 2030 mal nachschauen, ob man das verändern kann und ein paar Passagen später, dass man Hamburg eben gegen die unvermeidbaren Folgen der Klimakrise wappnen müsste, Hamburg liegt ja auch relativ nah am Wasser. Du hattest vorhin auch gesagt, wir brauchen einen starken Staat, weil der Markt eben alles regelt. Vielleicht mal so als letzte Frage, was muss dieser Staat tun und was können wir dem vielleicht noch mehr mitgeben, damit nicht sowas im nächsten Koalitionsvertrag wieder rauskommt? Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Also zunächst einmal, im Pariser Klimaabkommen steht ja jetzt nicht die 1,5 Grad als harte Zahl, sondern im Pariser Klimaabkommen steht ja deutlich unter 2 Grad. Und dieses deutlich unter 2 Grad, das wird man sicherlich noch als Ziel, ich habe den Koalitionsvertrag jetzt nicht gelesen, aber ich denke mal, dass das dadurch noch gedeckt ist, sodass dieser Koalitionsvertrag wahrscheinlich immer noch den Pariser Klimaziel entspricht, aber nicht der Maximalforderung von 1,5 Grad. Also ich glaube, was ich der Politik einfach empfehlen würde, ist mutiger zu sein, vielleicht nicht immer auf die Industrie zu hören, sondern vielleicht auch mal auf den gesunden Menschenverstand zu hören. Weil meine Erfahrung auch als Wissenschaftler ist, eigentlich ist der gesunde Menschenverstand immer ein guter Ratgeber. Und wenn man sich jetzt hier in Hamburg mal umsieht, dann sieht man doch ganz deutlich, man kann nicht immer mehr Verkehr haben, nicht immer mehr Autoverkehr haben, irgendwo ist der Platz ja begrenzt. Und die Diskussion gibt es ja hier über eine autofreie Innenstadt und ich glaube, die Menschen würden es lieben. Ich glaube, man unterschätzt die Menschen auch so ein bisschen. Die Menschen würden es lieben, es ist leise, es ist sauber, man hat Platz, man kann sich begegnen. Also wer wollte das denn nicht? Und es gibt ja auch ein gutes öffentliches Nahverkehrssystem in Hamburg und ich glaube, Mut zur Lücke, das ist es. Es gibt in Hamburg Fahrradstraßen, macht mich wahnsinnig, da fahren aber trotzdem Autos. Und da fühlt man sich unsicherer als eigentlich auf einer ganz normalen Straße, weil da dann überhaupt kein Platz eigentlich mehr für Autos ist, aber die trotzdem da versuchen, irgendwie an den Fahrradfahrern vorbeizukommen. Und ja, das wäre mein Tipp, einfach mal Dinge entscheiden, die langfristig gut für die Menschen sind und am Ende zeigt sich immer wieder, die Industrie kann alles. Wenn die Industrie weiß, wie die Rahmenbedingungen sind und wenn die Rahmenbedingungen sich nicht jedes Jahr ändern, dann kann die Industrie alles hinbekommen, was sie will oder was wir von ihr fordern und das sollten wir auch ausnutzen. Ja, ich glaube, diese Fahrradweg-Problematik gibt es in ganz Deutschland. Also wir sind uns eigentlich machen eine Lobby für den gesunden Menschenverstand und die Wissenschaft auch. Genau, vielen Dank dir für diesen tollen Vortrag. Vielleicht, wenn ihr mehr lesen oder hören wollt, du hast gerade ein Buch geschrieben mal wieder. Vielleicht magst du kurz erzählen, wann das rauskommt, dann können die Menschen sich noch mehr informieren. Ja, genau. Also das Buch, wenn ich das richtig weiß, kommt so um den 29. 30. Juni, also jetzt, in zwei Wochen ungefähr raus. Es heißt Heißzeit, ja, und ich versuche da einfach noch mal zu erklären, der Untertitel lautet, wie wir auf die Bremse treten. Ich versuche da noch mal deutlich zu machen, ein bisschen auch so, wie ich es heute gemacht habe, wo eigentlich die Hemmnisse liegen, welche gesellschaftlichen Entwicklungen wir eigentlich haben, die verhindern, waren, dass wir bei der Bewältigung der Klimakrise, aber auch bei der Bewältigung anderer Krisen vorankommen. Hat natürlich auch ein Kapitel zu Corona, das ist ja ein Mast sozusagen heutzutage. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinguckt. Ja, ich habe gerade auch noch mal die Info bekommen, wenn ihr das sucht. Der Link dazu wird dann in der Videobeschreibung von diesem YouTube-Video sein. Und wenn ihr das jetzt im Nachhinein guckt und noch Fragen habt, dann könnt ihr die gerne noch in den Chat schreiben und wir würden die dann schicken und vielleicht noch ein paar im Nachhinein beantworten, wenn du dazu bereit bist. Klar. Genau, und morgen haben wir wieder ein richtig tolles Webinar. Schaut einfach mal vorbei. Wir werden auch über Corona reden und über die Situation in der Pflege gerade, die ja auch ganz stark von der Politik und auch von diesen Maßnahmen, wenn sie ergriffen werden oder eben wenn sie nicht ergriffen werden, die in einigen Ländern sehr stark betroffen sind. Genau. Vielen Dank dir für diesen tollen Vortrag und ich hoffe, alle sehen dich wieder, wenn sie dein Buch lesen. Genau. Okay. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020